Voxeljet präsentiert den chemischen 3D-Druckprozess Powder Binder Jetting. Der 3D-Druckprozess läuft auf allen verfügbaren Voxeljet-Drucksystemen mit den unterschiedlichsten Partikelmaterialien wie zum Beispiel Sand, Kunststoffen oder frei wählbaren Pulvermaterialien. Einzige Voraussetzung sind Cut-Daten des Bauteils. Der Prozess startet mit dem Auftragen des losen Partikelmaterials auf die Bauplattform durch einen Beschichter. Danach trägt der Druckkopf den Binder selektiv nur an denjenigen Stellen auf, an denen das spätere Bauteil entstehen soll und verbindet so die Schichten miteinander. Nach Auftragen des Binders wird die Bauplattform um eine Schichtstärke nach unten abgesenkt. Dieser Vorgang wird so oft fortgesetzt, bis das Bauteil vollständig gefertigt ist. Das nicht verdruckte Partikelmaterial wird nach dem Druckprozess entfernt. Die Modelle können ohne aufwendige Nachbearbeitung direkt für den Metallguss oder als Design- und Funktionsmodelle verwendet werden. Informieren Sie sich jetzt, wie Voxeljet Ihre Produktion optimieren kann. Vielen Dank. Vielen Dank.